Hallo, mein Name ist Scheibenfeld Stephan, ich bin von der Firma Gassner Wiege und Messtechnik und bin dort für den Verkauf zuständig. Ich würde Ihnen heute gerne unser neues Produkt, das Abfallhaus 4.0, vorstellen. Es handelt sich dabei um ein intelligentes Wiegesystem, das eine verursachergerechte Entsorgung mittels RFID-Karte ermöglicht. Zusätzlich ist das Abfallhaus mit einer Waage ausgestattet, um die eingeworfenen Fraktionen dem jeweiligen Kunden in Rechnung stellen zu können. Das Einsatzgebiet des Abfallhauses ist sehr breit aufgegliedert. Es richtet sich sowohl an Wohnsiedlungen mit diversen Parteien, als auch an Gemeinden, Kommunen und Abfallbetriebe und ermöglicht somit eine exakte Abrechnung der Entsorgtenfraktionen an die jeweiligen Kunden bzw. Bürger. Das Abfallhaus 4.0 besteht aus einer Metalleinhausung für Nullbehälter, einem Wiegesystem, auf dem die Behälter aufgestellt werden und einer Zugriffskontrolle für die Abrechnung. Auf dieses Wiegesystem können verschiedenste Behälter eingeschoben werden. Dort gibt es Möglichkeiten für 240 Liter Behälter bis hin zu großen 1.100 Liter Behältern. Die Bedienung des Abfallhauses 4.0 wurde sehr einfach gestaltet. Die Öffnung des automatischen Deckels erfolgt mir an der Berührungslosen RFID-Karte. Diese wird eingelesen, im Online-System auf Berechtigung geprüft und der Deck der Anschlüsse geöffnet. Danach kann der Abfall eingeworfen werden. Ist dies erledigt, kann mittels Buttons der Deckel wieder geschlossen werden. Wenn der Deckel verriegelt ist, wird eine Liegung ausgelöst und die ermittelten Daten werden an eine Online-Plattform, an eine Software übermittelt. Es bestehen diverse Möglichkeiten der Abrechnung. Es kann einerseits über ein Guthabenssystem direkt von der Karte abgebucht werden. Und es gibt natürlich auch eine Plattform, auf der die Daten zusammenlaufen, wo dann auch Rechnungen erstellt werden können. Und es gibt natürlich auch eine Plattform, wo dann auch Rechnungen erstellt werden können.